Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 31.07. und ich nehme euch jetzt mit ins WH-22 in der Werner-Hilbert-Straße in Kassel. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Ausstellung. Liebe Grüße, die Doris. Okay. Okay. Entschuldigung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020